Hi, mein Name ist PJ. Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute speziell ein Video, drei Songs mit Automation über Ableton Live und dazu ein Medi-Controller, ganz bekannt, und spdsx. Und ja, die Songs sind selbst geschrieben, drei verschiedene Genres. Und ja, bin gespannt, wie es euch gefällt. Ihr könnt mir gerne ein Abo hinterlassen oder ein Like. Und wenn nicht, dann halt dich, dann schaut er es euch nur an und habt Spaß dabei. Und ja, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.